Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Wir sind echt dem Schwierigkeitsgrad fast nicht gewachsen. Wir haben schon einmal verloren, deswegen haben wir nochmal angefangen auf einer Übergalaxie. Und ich habe jetzt nur noch einen Stern offen, wo ich nur einen Planeten zum Kämpfen habe. Ich vermute aber, dass der blaue, weil der es schon im letzten Schwierigkeitsgrad hatte, jetzt wieder mehrere Gegner hat. Und was wiederum heißt, ich muss mich anstrengen. Oh, hier sind freie Planeten. Oder zumindest einer. Warum ist dann der hier besetzt? Das verstehe ich nicht. Mehrere Gegner auf einem Planeten mit Fliegern jagen. Wir haben jetzt die einfache Bot-Technologie, das heißt wir können noch die kleinen Bots bauen, aber die sind jetzt auch nicht... Ach, wir haben nur einen Gegner. Gut. Schweiß von der Stirnwisch. Die sind jetzt auch nicht das Beste zum Ruschen, wobei ich natürlich auch Flugzeugfabrik bauen könnte, zum Ausspähen und dann mit den Bots direkt hinrennen könnte. Das wäre die andere Möglichkeit, dann könnte ich ihn behaken. Oder ich baue beides einfach in Massen und Flugzeuge halte ich in der Basis und die Bots schicke ich alle los. Und wo machen wir das? Hier so vielleicht. Dann haben wir hier nicht so eine große Front mit Bodentruppen durch den See. Hier können wir dort ein paar Fabriken hinten bauen, so Flugzeugfabriken und sowas. So, wir fangen an mit einer Flugzeugfabrik. Danach zwei Bot-Fabriken. Danach zwei Energieteile. Danach... So... Und noch ein paar Bot-Fabriken. Hier bauen wir zwei Speer. Danach einen davon und danach ein paar hundert davon. Das ist erstmal zur Verteidigung. Die sind zum Rumlofen, wo die Speer gerade was aufgedeckt haben. Wir machen schon mal wieder die Kamera auf. Nach einem zweiten Speer werde ich erstmal wieder... ...so machen. Hier machen wir die. Wo sind die Gegner? Ah ja, der Gegner. Wo sind der Gegner? Wo ist die Gegner? Das war nur ein Speerflugzeug. Den muss ich natürlich wissen, wo der ist. Ah, südlich von meinem See. Okay. Dann produziert ihr beide bitte mal hier hin. Du machst bitte Metall. Viel Spaß. Hast du was zu tun? Du machst Energie, genau. Dann produzieren wir das alles. Produzieren wir. Wir sind natürlich ein Bros. Deswegen produzieren wir. Was zur Hölle? Was war jetzt passiert? Hat er schon Bomber losgeschickt oder was? Nein, du zieht ihn weiter. Ja, sieht so aus. Hier geht da Metall zerstören. Hier geht da Spänen. Wenn ihr auf den Kommander trefft, habt ihr natürlich ein Problem. Aber das werdet ihr nicht überleben. Vermutlich. Ja, tötet einfach mal. Ihr tötet das. Wir produzieren nach. Und wir haben unseren Dingens verloren. Egal. So, hier drüben werden noch mehr von ihm sein. Verteidiger. Ihr produziert die Energieproduktion, wollte ich gerade sagen. Ja, ihr zerstört die Energieproduktion. So, dann. Das sind meine Jäger. Die jagen die Jäger. Oder eben nicht. Weil die Jäger zu doof sind. Jäger bitte. Jäger. Habe ich ein paar Jäger produziert. Bitte mal hier so einen. Der hat hier noch nichts weiter an Metall gebaut. Ist ja interessant. Geht mal hier rum. Gucken, was er noch so findet. Und konzentriert euch mal auf das Ding. Damit er nicht mit der D-Garn rumfeuern kann. Der baut gerade hier Bombe. So, bitte hierauf konzentrieren. Bevor der Bombe fertig ist, wenn möglich. Wieso treffen da manche Schüsse nicht? Die schießen vorbei. Gut, haben wir erwischt. Bitte auf den. Bitte ohne, dass ihr dabei angegriffen werdet. Der trifft nur das Ding. Oh, ne. Ich habe nicht aufgepasst. Mist. Das waren Verluste, die hätte ich nicht hinnehmen müssen. Zerstört ihr mal den ganzen Kram hier. So, inzwischen muss ich mich mal wieder auf meine Produktion kümmern. Hier und hier Bombe. So, der hier baut bitte Metall. Dort, wo der andere gescheitert ist. Ihr rennt mit hier runter. Was ist mit euch passiert? War der Kommander jetzt da, oder was? Oder der hatte irgendwas da gehabt, was ich nicht mitgekriegt habe, weswegen ich meinen Gürbele verloren habe. Trifst du wohl nicht, was? So doof dazu. Ja, ich habe die ganze Zeit das Ding gefokust und wahrscheinlich hat er irgendwas gehabt, was mich zerstört hat währenddessen. Nichts mal Schlimmes, aber geht mal schnell den töten, wenn er es schafft. Da ist der Kommander, okay. Das ist ein Grund, warum wir gescheitert sein könnten. Äh, haben könnten. Äh, irgendwas. Ich darf nicht aus dem Kamerabild raus. Händen die Bombe jetzt langsamer produziert, oder so? Kann das sein? So ein bisschen das Gefühl. Der schießt da. Der will nicht so leicht eigentlich auszuweichen. Gut. An dem nicht. Die sind tot, okay. Aber der hat ja kaum was da, was ihn irgendwie retten kann. Gegen meinen Kram. Der macht doch nichts. Ach, der wird hinten repariert. Ach, so ein Mist schon wieder. Kann es sein, dass die Energielager immer extrem viele HP haben? Oder kommen wir das nur so vor? Wo ist der Kommander von ihm? Der wird hier hinten jetzt rumrennen, vermute ich. Und du bist so doof, dass der ganze läuft. Was hat er auf mich geschossen? Und wieso sind die jetzt? Hm, hab ich nicht mitgekriegt, warum die jetzt tot sind. Ah, hier hat er als Zeug, okay. Das erklärt einiges. Der baut Orbitale Fabrik, WTIV. Und ist der Kommander? Interesting. Kriegen wir den schon? Mal schauen. Mal schauen. Gucken, wir haben wieder die Ablenkungsjäger. Aber wir haben noch ein bisschen wenig Bomber. Aber wir haben noch die Kleinen. Sehe ich gerade. Der hat bestimmt eine D-Gun, oder? Ja, ich weiß, das ist keine D-Gun. Das ist... Sie nennen sich das... Äh... Uber-Kennen oder so. So, das habt ihr zerstört. Bitte die Fahrzeugfabrik angreifen. Du baust noch Metall, sehr gut. Das heißt, da haben wir diesmal nicht ganz so doll Mangel wie letztes Mal. Wo wir verloren hatten. Gut. Wieso hat der so eine Haufen Spielfahrzeuge gebaut eigentlich? Oh, da sind ja Gegner. Egal. Geht die mal schnell töten. Hey, hey, hey. So viel zu dem Thema. Geht ihr mal da rum? Ihr tötet die jetzt mal. Oh, da ist was. So, und jetzt? Das Zeug. Wo ist der Commander? Weiß ich nicht. Nehmen wir erstmal die alle. Und schicken die mit hier hin. Vorher schießen kann, bitte mal den Bomber zerstören. Gut. Willst du mal die Bomber zerstören? Nein, Bomber. Gut. Jetzt werden hier langsam ein paar produziert von den Viechern. Die sind alle tot. Okay. Ich habe nicht gesehen, woran sie gestorben sind. Egal. Jetzt hier weg mit der Energieversorgung. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Warum nervt dich denn die Energieversorgung? Oh, weil sie Energie versorgt. Mist. Trefft den nochmal. Oder lasst es. Wo ist denn der Commander? Schon wieder von dem hin. So, ich flicke jetzt mal hier hin mit meinen Fliegern und gucke, ob ich den Commander finde. Inzwischen rennt ihr immer wieder hier hin. Kommandant, wo bist du? Kommandant, ich suche dich. Kann man hier mal einen Ausruf starten? In der Kaufhalle oder so? So, wie so im Einkaufszentrum. Ich rufe den Commander aus. Mein Commander ist auch an der Attack. Mein Commander ist auch an der Attack. Ach, dann war wahrscheinlich wieder ein Jäger oder so. Äh, ein Bomber. Naja, haben wir erstmal. Es ist aber schon anstrengender irgendwie. Die Systeme sind jetzt unter Kontrollen. Schön. Das habe ich erwartet eigentlich sogar, aber... Schön. Explorungssystem. Orbitaltech. Ja, das ist sehr gut. Fortstell dich raus. Komplett rein. Mehr freie Planeten. Äh, hä? Habe ich die nicht? Äh, na gut. Scanning. Defenstech available. Nein, danke. So, was haben wir jetzt noch hier frei? Mhm. Mhm. Ich würde dann nächstes Mal wahrscheinlich den versuchen. Ja. Aber erst beim nächsten Mal. Dauert ja jetzt doch länger, als ich dachte. Selbst mit Waschstrategien und so Kram bin ich nicht so schnell. Ich weiß auch nie mal warum. Vielleicht fehlt mir irgendwas hier. Technologien, die mir immer geholfen haben. Sei es, dass sie stärker gemacht haben oder irgendwas produziertechnisches oder so besser gemacht haben. Ja, stimmt. 25% mehr Energie und Metallproduktion. Und das, was ich im anderen, äh, Spielversuch vorhin zu, bestimmt zehnmal gefunden habe oder so in dem Sternensystem. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.